Es hat mich ein bisschen so an meiner früheren Zeit erinnert, wo ich sehr viel Grunge und Rock und so gehört habe. Und deswegen haben wir es im Programm eingebaut, weil ich diese Saison einfach liebe. Es heißt Unbroken. Are you ready for some rockers? Es heißt Unbroken. Es ist ein bisschen so an meiner früheren Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020